die vips können ja gerne den pack lakut emoji rein spammen und ja es ist zeit es ist zeit wäre die beste karte die beziehen könnten holit wäre geil ronaldo geil pille maradona weg als solche karten alter ich hoffe wird sie jetzt kein bullshit aber ich glaube ziehen bullshit egal wir drücken drauf in drei zwei eins let's go oh mein gott die erste icon für mich in fifa 18 halt dein maul alter kommt bitte agi 85 kann man da zufrieden sein oder nicht stets sind nice ja aber ist eine normale karte ja wobei wir könnten ihn vielleicht schon spielen lassen für tild für tulis so übel gute longshot sollte haben schreibt jemand rein boah ich weiß nicht erst besitze hagi es ist keine schlechte karte es ist keine schlechte icon wenn man überlegt dass man zb in zagi oder so ziehen kann oder owen ja es ist eine es ist eine okaye icon ist eine zentrale icon beschweren kann man sich da eher weniger aber irgendwie dann doch ja hagi so lala